Die Börsenminute von Julia Kistner Also an jenen, die jahrzehntelang Dividenden bezahlen können und das jedes Jahr etwas mehr, dass sie das natürlich in der Regel deshalb können, weil sie über ein gutes Geschäftsmodell und eine gute, gesunde Bilanz verfügen. Doch manchmal muss man sich schon fragen, ob das erwirtschaftete Geld nicht besser im Unternehmen oder dessen Wachstum investiert wäre, als es an die Aktionäre auszuschütten. Wie auch immer, laut Schöller Bank Analyse ist es jedenfalls so, dass dividendenstarke Aktien in den letzten 88 Jahren um 1,5 Prozent besser performten als der Markt. Vom November 1926 bis 2021 machte der Anteil des Dividendeneinkommens etwa bei den Aktien im US-Leitindex S&P 500 rund 39 Prozent der Gesamtrenditen des S&P 500 Index aus. Und im zweiten Quartal 2022 lieferten laut Janus Henderson Investors die Unternehmen Rekorddividenden von 544,8 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Plus von 11,3 Prozent. Das wird natürlich im nächsten Jahr nicht mehr ganz so ausschauen, weil vor allem die Ölkonzerne gute Dividendenzahler sind und die werden wohl 2023 nicht mehr so sprudeln. Die weltweit zehn größten Dividendenzahler sind übrigens erstens der brasilianische Öl-Multi Petrobar, zweitens Nestlé, drittens Rio Tinto, viertens China Mobile, fünftens Mercedes-Benz, sechstens BNP Baripa, siebtens der kolumbianische Energiekonzern Eco Petrol, achtens Allianz, neuntens, und das finde ich spannend, der erste IT-Wert mit Microsoft und zehntens Sanofi. Es sind also im Wesentlichen Öl-Multis, Autobauer, Banken, Versicherungen, Pharmakonzerne, die ihre Aktionäre gerne bedenken. Dass US-Unternehmen hier vergleichsweise unterrepräsentiert sind, hat steuerliche Gründe. Für sie sind die Alternativgeschenke an die Anleger, also die Aktienrückkäufe, steuerlich günstiger. Für den Investor übrigens auch. Was man bei Dividenden von ausländischen Aktien nämlich nicht unterschätzen darf, ist, dass hier die Steuer massiv zuschlägt, weil zur heimischen Käst auch noch die ausländische dazukommt, die von den heimischen Finanzen nicht vollends angerechnet werden. Theoretisch kann man die zu viel bezahlte Käst natürlich auch beim ausländischen Finanzamt zurückfordern. Doch wer tut sich den Aufwand schon an? Übrigens klar, dass kein kleiner Österreich-Wert bei den weltweit absolut größten Ausschüttungskandidaten dabei ist. Aber relativ zum Kurs gesehen sind die Österreicher fleißige Dividendenzahler. Die österreichische Post AG zum Beispiel bietet derzeit, natürlich nicht zuletzt, weil sie seit Jahresbeginn schon knapp 18% im Kurs eingebüßt hat, eine Dividendenrunde von 6%. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.